Wir starten mal wieder in die nächste Runde hier. Warte, nee, warte, ich dachte, du wolltest hier zerstören. Ich will mal noch mal in die Runde hier. Oh, toll. Sag mir nur, in welche Gruppe du gehst. Lade erstmal. Ich denke, ich gehe in grün. Grün? Grün wie... Grün! Grün wie Gift. Grün hinter den Ohren. Grashüpfer. Grün wie Spinat. Grün wie Link. Grün wie dies Brot beim Bäcker. Grün wie zwischen deinem Bein. Redest du gerade von dir? Ich wusste schon immer, du bist grün hinter den Ohren. Grün zwischen den Beinen. Schimmelsporn. Jo. Schimmelsporn. Okay, ich gehe changed. Schimmelsporn. Was? Was? So, ich würd' sagen Blau war. Die haben ja übelst extremen Ping ey. Die Blauen? Ne, die grünen. Guck mal an, der N hat einen 100er, einen 80er. Die alle anderen haben einen tieferen. Aha. Ins ziemlich mehr. Hm, ich geh ins Blaue. Musst du jetzt da wohl, ich bin im Grünen. Ne, ich bin jetzt auch grün. Noll. Ja, es ist immer, wenn's mehr auf der anderen Seite sind, dann wird's wiederum entschieden. Das ist doch zum kurzen Mal schon mal. Was interessiert mich da, Kristall, Alter? Hier geht's um... Ne, 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 ne. Nö. Was ist das für ne Brücke, Alter? Die passt doch überhaupt hier nicht hin. Was ist das für ne Brsticks? Nein. Was ist das für ne Brücken? Hm. So. Analritter von hinten mal wieder. Da ist doch Analritterskin immer von hinten. Ich helfe dir gleich. Er braucht ein Backup. Bin ich nicht gelandet? So. 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 Scheiß Gorilla Kompli anders, Alter. Klappstitt hier, aber fragt nie wie Klappstitt hier in der Äffchen Tja, da war er weg, ne. Ich hab ja im Übrigen einen guten Tunnel gegraben, da kann man uns so ganz gut angreifen Musst mal gucken, hinten bei der Brücke unten drunter Yes 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 Das war's für heute. Der heißt ja schon Mong. Go. So, jetzt reicht's. Jetzt fick ich damit. So, jetzt geht's. So, jetzt geht's. So, jetzt geht's. So, jetzt geht's. Oh, die Sau hat mich doch noch erwischt, Alter. So, man. So, let's hit them where they don't expect. So, let's hit them. 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 Oh, let's hit them. Oh, let's hit them. So, let's hit them. wie der Name war. Genau, wo ich gespawnt werde, Alter. Mist, viel, jeder. Ey, dieser scheiß Jetpack geht mir auf den Sack. Der ist immer leer. Wie können die anderen denn so weite Strecken fliegen, Alter? Kommt kaum vom Boden weg. Tja, ich tue das immer so, wenn ich das Ding hatte, immer variierend drücken. Arsch. Ey, die Säcke Grie, die sind ja ganz nah bei uns. Hinter der Wand, alles okay? Boah, hier verlieh ich in so ein Loch, Alter. Jetzt geht es richtig ab. Jetzt muss ich mich kennenlernen, Digga. Eigentlich stehe ich ja nicht so, aber... Das hat mich erwischt, ey. Richtig, der Sack. Der ist hier hinten etwa bei... Hinter der Brücke der letzten, ganz hinten fast. Mein Gott, ey, das ist richtig misst, die Viecher. Elche. Ey, die blauen da. Wie sind es wie solche Versicherungsvertreter, die immer an der Tür klingeln? Du kriegst ja genauso wenig los, ey. Den Wichser, der ihn angreifen wollte, nochmal erledigt. Ach, morgen sind wir Sport, zwei Stunden. Das ist wieder Entspannung. Ich hing fest, Alter. Geht ja gar nicht. Ach, ne, der Mike ist online und spielt Dota 2. Dota 2. Das war's für heute. Ich befürchte, er hat noch verliebt. Ich befürchte, er hat noch verliebt. Ich befürchte, er hat noch verliebt. Zwei Shots. Der Nachbar Ende. 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 Sieht doch gut aus für uns. Sieht doch gut aus. Ich war gerade so schön im Fahrt mit dem Töten ey. Ich bin sogar besser gewesen. Okay, die Runde noch und danach machen wir eine Runde Zerstörung. So, und wir machen mal kurz wieder ein Schnittchen.